Ja, und mit den Angeboten ist noch nicht zu Ende für diese Woche, denn wir haben auch nur diese Woche noch ein Angebot. Nämlich unser Spirellino. Viele kennen ihn vielleicht schon, da ich ihn eigentlich fast auf jeder Party, seit er jetzt im Katalog ist, vorstelle. Aber der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch nicht. Und mit diesem kleinen Teil, ihr seht, er ist schön handlich, er passt in die Schublade, lässt sich super verstauen, könnt ihr Spirellis machen. Das geht ganz einfach, denn ihr könnt hier euer Gemüse aufhaken, zum Beispiel Zucchini, dünne Auvergine, Gurke, Möhre und dann dran drehen und hier unten, da kommen dann die Spirellis raus. Er lässt sich auch komplett auseinanderschrauben zum Reinigen, das zeige ich euch einmal kurz. Zack! Und er ist dann auch schon auseinander. Ja, richtig tolles Teil. Ich zeige euch auch gleich nochmal ein Video, wie das aussieht, wenn die Spirellis rauskommen. Und statt 20 Euro zahlt ihr nur diese Woche 15 Euro. Also wer den gerne haben möchte, sollte den jetzt auch bestellen. Und jetzt bin ich Experience.